Kapitel 15 Es pflegten ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verliert, Der nicht die 99 in der Wüste lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude seinem Himmel über einen Sünder, der Buße tut, Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau die zehn Drachmen hat, wenn sie eine Drachme verliert, Zündet nicht einen Leuchter an und fegt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie jene findet. Und wenn sie jene gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere sprach zum Vater, Gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der Jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen in unvernünftiger Lebensweise. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Und er begehrte sich, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, und sein Innerstes wurde bewegt, lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an die Füße und bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz, und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater, »Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe noch nie deine Anweisung übertreten, und mir hast du noch nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.« Er aber sprach zu ihm, »Mein Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Man muss aber fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden worden.« »Bei in Kind«, »Mein Kind«, »Mein Kind«, »Bei in Kind«, «